Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, das eine Frage beantwortet, die Sie mir hinterlassen haben, ich habe einen Seat Altea 1600 TDI mit 105 Pferden und er läuft seit zwei Tagen bei nur einem 1000 Umdrehungen pro Minute starten den Motor und heute, wenn ich das Auto anhalte, wenn ich nach Hause komme, geht es auf 800 Umdrehungen pro Minute und fragt, kann es normal sein, dass es so wenig hoch geht? Mal sehen, das ist ganz normal. Nicht nur bei diesen TDI-Mutoren passiert dies in der überwiegenden Mehrheit der modernen Fahrzeuge, die den DPF, Dieselpartikelfilter, haben, es erhöht genau diese Umdrehungen, weil der Computer den DPF frei nicht, eine DPF-Regeneration durchführt und etwas Diesel einspritzt. Also, aus diesem Grund erhöht es die Umdrehungen von 800, was die üblichen sind, auf 1000, aber ich sage schon, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, weil dies von den allermeisten Fahrzeugen getan wird, um die DPF-Regeneration durchzuführen, sobald die Regenirierung bereits durchgeführt wurde. Kehre zu B zurück von diesen 1000 Umdrehungen pro Minute auf 800 Umdrehungen pro Minute zu gehen. Was die üblichen sind, wie ich sagte, gibt es keinen Grund zur Sorge, nun, hier haben Sie dieses kurze Video. Wenn es für Sie nützlich war, vergessen Sie nicht, ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren.